Hallo zusammen, hier ist Olga, hier ist Miho und hier ist Pavel. Und heute ist nicht Freitag, das bedeutet, es ist kein Freitagsvideo. Ja, das ist im Prinzip eine Nachricht und ich werde jetzt einfach mal dem Miho das Wort geben, weil Miho kennt er schon. Olga würde auch was sagen, aber sie schweigt lieber dazu. Dabei ist es eigentlich was Positives. Nein, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt. Pavel kam zu mir auf eine Ausstellung und... Ich wurde ausgestellt, Körperwelten. Dafür hast du dich ziemlich gut gehalten, muss ich sagen. Ja, danke. Nein, danach haben wir ziemlich viele Projekte gemacht und wenn ich in diesen zwei Jahren eines gelernt habe, dann, dass dieser Mann da sehr kreativ ist. Jeden Tag, jeden Tag, jedes Jahr. Und wir haben die Zeit genossen. Ich werde rot. Wir haben viele Sachen gemacht und deswegen haben wir uns gedacht, setzen wir das auf ein etwas stärkeres Fundament. Und meine Beweggründe, gut, ich war auf ein paar Fotoreisen dabei, war auf ein paar Workshops dabei, viele kommunizieren mit mir, auch wenn sie nicht wissen, dass ich das bin. Aber wenn man etwas macht, dann sollte man das mit Herzblut machen. Das heißt, man sollte versuchen, das Richtige zu machen und vor allen Dingen auch das Richtige mit den richtigen Menschen. Und ich denke, diese Kombination habe ich zumindest gefunden und deswegen freue ich mich über das, was heute passiert ist. Ja, was ist heute passiert? Heute ist sehr heiß. Ja, aber wir haben das natürlich sehr lange überlegt, was wir tun und wir haben es getan. Also, das heißt jetzt eins, zwei, drei. Das ist jetzt Kreativstudio Pawel Kaplun GmbH. Ja, im Moment noch in Gründung, aber wir waren heute schon beim Notar, also es läuft alles. In ein paar Wochen werden wir dann praktisch offiziell eine Firma und ich denke, das ist ganz gut so. Dann können wir noch mehr durchstarten. Ja, bin gespannt auf was kommt. Ja, ja, das wird schon sehr interessant für euch. Ja, Handy hat sogar geklemmelt. Hat Beifall geklemmelt. Beifall, ja, Gratulation. Ja, das ist im Prinzip alles. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Wir werden jetzt nicht irgendwie über Business sprechen und so weiter. Also, wir machen es einfach. Ja, nicht schwätzen tun. Okay? Ja, in dem Sinne, Olga hat nichts gesagt, aber dafür kriegt sie jetzt ein Bussi. Aber erst, wenn die Kamera aus ist. So, und ja, wir sehen uns nächsten Freitag. Olga begleitet mich schon, wie lange? Viele Jahre. Viele Jahre, also viel zu lange. Ja, und Miho ist seit zwei Jahren und ich denke, wir werden euch noch einiges an Überraschungen, an positiven Überraschungen bitten. Wir sehen uns am Freitag. Ja, Miho ist wahrscheinlich nicht dabei oder vielleicht doch. Gucken wir mal. Diesen Freitag nicht. Diesen Freitag nicht, aber danach. Ja, okay. Also, in dem Sinne, ciao. Und nach wie? Ja, gleich. Wir sehen uns am nächsten Mal. state-Amarbetter. тоже. Tschüss. Tschüss. Dieion rek��f Write dre Fишь